Burlesque Star Yves Champagne bringt uns heute bei, wie man effektvoll Handschuhe aussieht. Und zwar, wir haben mehrere Möglichkeiten, und zwar sehr viel kann man mit den Zähnen einfach reinbeißen vor uns. Und das an jedem Finger. Und dann kann man die, also gut, ihr habt die Kürzeren, ihr könnt dann an diesen Handschuh vorne den ersten Schmausten, immer nach oben. Und dann langsam rausgleiten. Ich kann das hier, ich kann das zum Beispiel auf links drehen. Ach links kann man auch drehen? Ja natürlich. Guck mal. Hast du auch so Haare gegessen? Und dann schön ins Publikum werfen. Dann haben wir den zweiten Finger, den können wir, das kann man dann mit der Hand machen. Ihr könnt auch mal versuchen runter zu rollen, wie ein Gummi, nur andersrum. Oh, alles klar. So runterrollen. Ich hab schon keinen Handschuh mehr. Ich hätte mehr Handbräuchten, dann hast du was wie zu wild. Oh, gerollt? Na doch, gesitzt. Genau. Und dann kannst du auch langsam runterziehen, mit den Zehen, mit der Hand. Soll ich wieder aufrollen? Nee, nee, alles gut. Nee, das macht man ja back hinzu. Und so ein Profi kann das sogar, wenn die gelockert sind mit dem Schuh. Man geht runter, stellt sich da drauf, zieht langsam runter. Ich bin dabei. Welcome to burlesque. Und viel mehr wirklich überlebenswichtige Tipps von Yves Champagne bei Talk. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Gerne. Danke.